Hammer Premium Cross Trainer Hole Dir Dein Fitnessstudio nach Hause. Mit einem Cross Trainer kannst Du ein effektives Ganzkörpertraining bei Dir zu Hause durchführen und bist nicht auf die Öffnungszeiten im Fitnessstudio angewiesen, kannst aber dennoch effektiv trainieren und etwas für eine gute Figur und Dein Fitnesslevel tun. Der Hammer Premium Cross Trainer wird Dich dabei unterstützen, mit einem Hochintensitätstraining schneller Kalorien zu verbrauchen oder aber auch durch ein gleichmäßiges Ausdauertraining etwas für Deine Figur bzw. Dein Herz zu tun. Du kannst hier die Auswahl zwischen 25 unterschiedlichen Trainingsprogrammen treffen. Eine spezielle Neigung der Trittplatten ermöglicht eine gezielte Ansprache der Po-Muskulatur. Nicht nur hier wirst Du bei einem regelmäßigen Training schnell eine positive Verbesserung erkennen. Das Gerät ist besonders nackenschonend, denn durch einen ergonomisch konzipierten Abstand der Bewegungsarme wird diese Partie nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die laufruhigen und qualitativ hochwertigen Kugellager sorgen dafür, dass Du auch nachts trainieren kannst, ohne die Nachbarn zu stören, wenn Du in einem Mietshaus wohnst, aber sorgen auch gleichzeitig dafür, dass Du lange Freude an diesem Gerät haben wirst. Das bewährte High-Power-Magnet-Bremssystem sorgt für eine schnelle und zuverlässige Widerstandsanpassung. Über die integrierte Tablet-Halterung kannst Du Dir während des Trainings die Zeit mit Filme gucken vertreiben oder Du kannst den integrierten Lautsprecher per Audiokabel zum Abspielen Deiner Lieblingsmusik nutzen. Über die Handpulssensoren kann der Puls bequem und nach Bedarf angezeigt werden. Unter den höherwertigen Cross-Trainern ist er mit 49 kg eher ein Leichtgewicht und mit den integrierten Rollen lässt er sich auch von einer Frau leicht von einem Raum zum anderen transportieren. Trotz des geringen Eigengewichts ist das Gerät dennoch in der Lage, von Sportlern mit einem Körpergewicht bis zu 120 kg genutzt zu werden. Amazon-Kunden, die dieses Gerät bereits ausprobieren konnten, loben die sehr gute Verarbeitung, den wirklich leichten Aufbau sowie die leise Betriebslautstärke, die absolut nicht störend ist. Die angebotenen Trainingsprogramme werden jedem Anspruch gerecht. Bei Amazon erreicht der Hammer Premium Cross-Trainer eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen. Eine Preisreduzierung von momentan 50% macht dieses Gerät noch interessanter und wenn Du Dir diesen Preisvorteil nicht entgehen lassen möchtest, solltest Du am besten sogleich auf den unten angegebenen Link unterhalb dieses Videos klicken.